So kurz zur Info Leute in die Runde hatte ich mir abgespeichert, weil die nice ist und ja jetzt wird Spaß. Ähm... Ja... Intro... Lama Squad! So jetzt geh ich erst nach Hunter und hoffe, dass ich direkt so ein Obstteil bekomme. Dann schmeiß ich die und dann verlass ich direkt die Solo-Runde und fahr nach Sweaty. Wow! Hä, was machst du denn, Sweaty? Fischer angeln, habe ich dir gerade eben gesagt. Oh ja, ist okay, ist okay. Hör mir einfach zu Mädchen, was denn los mit dir? Ja nein, ich wusste nicht, dass du... Ich habe doch gerade eben noch dir die Mission gesagt. Gar nichts gemacht, gar nichts. Ja, ich weiß, dass du nichts gemacht hast. Merke ich nämlich. Ich weiß, dass du nicht zugehört hast. Doch. Mhm. Ich habe gehört, dass du diese Angelaufgabe, dann machen wir sie, aber ich wusste auch nicht dazu nehmen. Sweaty, das tut mir leid. Ja, hättet ihr aber ja denken können. Ja, tut mir leid. So kann man nämlich am besten angeln. Ah, btw, die Aufgabe hat jetzt endlich bei mir gezählt gehabt, gell? Welche? Diese, fahr also von Sweaty nach Pleasant. Frag dich mal warum. Oder hast du die eben auch nochmal selber gemacht? Ey, ich hab die selber noch. Ja, ich hab die auch einmal für dich gemacht und dann hat die auch gezählt. Die Frage ist, wann bin ich mal nicht müde? Ja, das frage ich mich bei dir echt. Ach komm, ich geh doch gleich dahin. Ja, das frage ich mich bei dir echt. Let's gooo. Oh, ich hab das gemacht. Oh, ich hab das gemacht. Ja, das war noch. Äh. Ja. Oh, ich hab das gemacht. Oh Gott, nein. Ach, Spiel. Was mach ich denn auch schon? Oh, ich bin auch so blöd. Kein Wunder, dass hier auch keine Dingens ist. ich hab vergessen im solo zu dingsen noch bin ich blöd was machst du wenn noch in gruppenkeile und ich wollte diese angelaufgabe machen irgendwie gerade ist ja wieso sind hier keine arme stellen gar nicht und sehe ich so ich bin in gruppenkeile ich muss ernsthaft frucht werfen ja weil chilis zählt nicht als frucht ich weiß noch nicht wie ich das beschreiben soll aber bei hunter's helfen wenn du da halt in richtung wüste schaust wo die ganzen sachen sind ich bin nicht blöde ja ich wollte nur sagen so viel hate morgen ab morgen übermorgen abzukommen ich sag's da weil viele meinten ich solle meine haare nicht schneiden lassen aber ich hab's trotzdem gemacht weißt du was richtig echt wirklich scheiße ist ohne scheiß richtig scheiße dass du so lost ist und nichts tust obwohl du besser aussiehst mit längeren haaren ich hab haare gespendet okay ich hab was gutes getan ich hab nicht doch einen scheiß ob du haare spendest ich fände es nicht mal so schlimm aus wie dann ganz krill aus könnte mir zwar jetzt nicht vorstellen so immer rum zu lassen aber ein bisschen kürzere haare ist okay ein bisschen habe ich gesagt ich will nicht so lange haare haben wie es jetzt bis heute früh noch hatte ich hasse dich kann ich kann nicht mit meinen haaren so lange rumrennen die regenschaft hat so ein bisschen der bauch ja dann machte direkt eine glatte nein ich meine wenn die jetzt so arg klang sind weiß ich muss meine haare immer zu salzen wenn du ich weiß wie schlimm ist mein haaren eigentlich ich brauche allein manchmal nachdem du mir so war die kacke irgendwie sport in hand das heftig mit dieses komische essens gerät ja ich habe ich meinte da wenn du richtung wüste gehst der von hand das helfen aus ich weiß wo die wüste ist ja von hand das helfen aber auch ja ich weiß wo die wüste ist ja ich weiß wo die wüste ist ich habe mich nicht verarschen wo ich ernsthaft äpfel und da ist so eine kleine grünfläche noch mit so einer und unter diesem baum liegen äpfel die brauche ich ja mais und kohl weißt du ein keiner mission denken sie daran sowas einzubauen aber in so einer hässlichen scheiß drecks nervigen mission da denken sie daran du musst scheiß spielen auch schön höchste von hand das helfen wo liegen denn hier äpfel ja hat richtung sie ist vor der wüste ich bin in der wüste meint doch nicht in der wüste liegen keine äpfel oberhalb noch du weißt doch das so ein kleines haus gell woher wie das ist nicht mehr richtig das ist 20.000 kilometer weg nein doch das tatooine gebäude ist sau weit weg nein und außerdem ist da keine grünfläche natürlich ist so eine ganz kleine grünfläche nein hier ist es wüste oh freddie ich meine ich in der wüste ja ist jetzt egal ist auf dem berg ja eben der berg wo die äpfel drauf sind da ist wüste ich hab da schon bei der grünfläche ja ja du bist halt einfach los nein bin ich nicht doch nein doch einmal ein bisschen nach oben oh witzig dann hab ich auch gar nicht gefehlt naa fahrer fischer hat gezählt das ist super das möchte ich aber nicht ich will keine fange fischer das war eine unnötig dumme mission ach das ist ein gegner ich hole dich jetzt ok der hatte nix dabei komm ich werde solo mit schäfer fertig komm ich werde solo mit schäfer fertig den superhelden ant man ach du kacke Junge Herzinfarkt ok jetzt komm gib mir hier irgendwen lasse raus was weiß ich kennst du den superhelden Ant man ja kommt als nächster skin ja ja Ach wie... Wow... Wollten alle letzte Season haben, kommt diese Season erst rein. Genau wie mit Black Panther. Macht alles sehr viel Sinn, also nicht. So, jetzt darf ich weg. Geh ich noch nach. Nein! Nein! Ich will nichts von diesem Scheiß. Hier kann ich wenigstens wieder ordentlich editieren, ey. Ich muss mich auf Kreis editieren und spreng mich deswegen dreimal mit Granaten weg. Ich hab's verstanden. Ich kann dafür aber auch nicht. Schön, dass ich... Überall Gegner... Ich muss mich zitieren! Was ist denn der Problem da oben, Alter? Was schießt du auf mich, du Spass? Oh, sind wir mit so vieler... Leute, gerade. Kann noch mal mehr. Ob, Soldat. Er schießt ihn da auf mich! Was ist diese Scheiß-Bots? Was? Oh, wow, traurig! Oh, komm mal jetzt von hinten her, du blöd! Was ist das? Okay, was für eine Aufgabe muss ich noch machen? Ähm... Also den, den ich gerade getötet habe, der hat so einen kranken Laser bekommen, das glaubst du gar nicht. Echt? Der kann sein Game deinstallieren. Den habe ich so auseinandergenommen, was den Laser... Der springt hoch, kriegt fünf Headshots. Boah, ich kann das nicht sein. Also ohne Witz, der kann sein Game einfach deinstallieren. So. Aua. Ich kann nicht mehr sitzen, das tut weh. Also, aber was ich noch sagen wollte, das kann sein. Also ich weiß nicht, was meine Mutter erlaubt. Aber es kann sein, dass ich Dienstag, Mittwoch, und was halt nicht zu Hause bin. Warum? Vielleicht geht's auch klarer. Maybe. Also nur, weil mir meine Mutter es erlaubt. Und ab Montag... Kann ich endlich wieder weg. Muss ich mal aufgewolltet machen? Ah, stimmt. Machen wir. Nee, da geht mit hin. Oder dort? Nein. Ich geh nach. Ah, scheiße, wo geh ich hin? Aber ich weiß es noch nicht. Vielleicht auch nur zwei Tage. Oder vielleicht darf ich nur einen Tag. Ich weiß es noch nicht. Meine Mutter meinte, sie muss sich das noch überlegen. Oh, ich muss ja noch für Englisch lernen. Ups. Scheiße. Oh man, ich möchte nicht mehr. Ja. Ich bring mich um. Boah, das ist bei dir was zu lohnen. Wieso kommen dann auf einmal so viele hierher? Was falsch? Baby? Ja. Ich liebe Baby. Nein! Nein! Wo wollte mich einer pickaxen? Was soll denn der Mist? Es hat mir gelandet. Wo wollte mich pickaxen? Was soll denn das? Ja, die unfreundlich. Fühlt sich auf. Okay, ich finde das echt scheiße. Ich finde das scheiße. Ja, mhm. Kleiner Spaß, Alter. Fühlt sich auf. Für mich, ich bin sicher. Ich bin heiter. Entschuldigung. Ich bin sicher. Ach, ich binダ5000. Ich bin da, nicht der Fall. Ich bin da, nicht der Fall. Ich bin da, nicht der Fall. Ich bin da. Ich bin da. Eyst du mal. Ich bin da, nicht der Fall. Was ist denn los? Was mit denen? Die kommen mich hier alle pushen, aber verkacken alle. Und die sind nicht mal scheiße. Ich bin absolut lost gerade im Game und die verkacken alle gegen mich. Ich habe 8 Kills, Mann. Doch gut. Und es leben nur noch zwei, ne? Was? Es leben halt auch nur noch zwei. Na gut. Und ich bin gleich wieder da. Und ich bin gleich wieder da. Und ich bin gleich wieder da. Das war's. 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 Was war's. Was war's. Was für eine Runde. Was. 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 Was.